Musik Herzlich Willkommen in der Röhre Ich darf Ihnen vorstellen eine Band aus New York Teilweise heute eingeflogen Ja, und zwar sind das Space Pilots Elias Meister, eine Gitarre John Herpenstein am Schlagzeug Wir und Genoese Alle möglichen Karolin Puck Applaus Die Gitarre Die Gitarre Die Gitarre WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. 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 Das war's.